Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Heute geht es mal um einen Lenovo Z50. Ich habe dieses Gerät, was ihr hier bei Amazon beispielhaft verlinkt seht, gerade bei mir in Reparatur. Da war der RAM-Riegel defekt. Den habe ich ausgetauscht und nun funktioniert das Laptop wieder. Ich habe nur das Problem gehabt beim Testen, dass ich ganz schlecht ins BIOS gekommen bin und danach erstmal suchen musste. Also BIOS-Bootmenü und dazu habe ich mir überlegt, mache ich mal ein Video. Ich habe hier einige hochauflösende Bilder von dem Laptop gemacht mit meinem Handy. Sehen wunderbar verpixelt aus, aber das soll uns erstmal nicht weiter stören. Um diesen Laptop geht es wie gesagt, der Lenovo Z50. Und wie ihr hier im nächsten Bild seht, ist das die Seite des Laptops, wo der Stromanschluss reinkommt. Also hier kommt der Stromstecker ran vom Netzteil und hier daneben habt ihr noch eine kleine Taste. Und diese kleine Taste, die müsst ihr drücken, dann kommt ihr ins Bootmenü bzw. ins BIOS. Also ihr schaltet den Laptop nicht über den normalen Power-Button ein, sondern ihr schaltet den Laptop hier über diesen kleinen Knopf ein und dann bekommt ihr ein Menü angezeigt mit Bootmenü und mit dem BIOS-Setup. Und da könnt ihr dann ganz normal via Pfeiltasten auswählen, wohin ihr wollt bzw. von welchem Medium ihr starten wollt. Das nur als kleine Information, weil ich mich da ein bisschen blöd gesucht habe. Für euch hier, falls ihr dieses Laptop oder ein vergleichbares Laptop habt. Das war es erstmal dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss.